So, da sind wir auch schon wieder. Die 29 Eisen sind durchgebrannt. Huch, huch. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall 30 Eisen und daraus crafte ich jetzt erstmal eine Rüstung. So, äh, ne, Moment. So, 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 zack, zack, zack. Und jetzt crafte ich daraus erstmal noch eine Hose. Zack, 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 zack. Jetzt kommen aus den restlichen 6 Eisen verbleibend, werde ich jetzt einmal craften. Definitiv eine Spitzhacke, die ist mir persönlich wichtig. Weil dann können wir uns auch in tieferen Gefilden gut zurechtfinden und eine Schere, um die Schafe oben zu scheren. So, jetzt würde ich erstmal sagen, da hier unten jetzt nur noch so ein paar Ressourcen sind. Okay, ein paar ist gut gesagt, aber da hier unten jetzt halt nur noch Ressourcen sind, kann ich jetzt schon wieder nach oben gehen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht, es ist wieder Nacht wahrscheinlich. Ja, genau. Toll. Habe ich ja wieder gut hinbekommen. Oder? Ne, ist Tag. Hä? Es sieht nach helllichtem Tag aus. Gut, das heißt, man kann sich hier auf das auch nicht verlassen. Aber gut, dass ich trotzdem beharrt habe und, ähm, weiterhin nach oben gegangen bin. Jetzt werde ich erstmal ein Schäfchen suchen. Wo ist denn hier ein schickes Schäfchen? Ja, da ist ein schickes Schäfchen. Dich hoffe ich, Bertha. Na, nein. Bertha, du bist scheiße. Du hast mir nur einen Wolle gegeben. Ähm, so. Dann hätten wir hier jetzt auch noch... Ah, jetzt... Jetzt, das schafft es cool. Das ist eine Bertha. Jetzt werde ich noch natürlich... Okay, ich habe jetzt die ganzen Sepp-Links, Sepp-Links, Sepp-Links nach unten gelassen. Ähm. Jetzt werden wir hier erstmal... ...weiterhin, äh, Birkenbaum. Den Birkenbaum werde ich einfach auch gleich schon fällen, weil Birken mag ich nicht. Achso, den großen Baum da hinten. Der sieht schön aus. So. Der Ratzeputzekal geschnitten habe ich dich. Und, huch. Ah, jetzt haben wir es auch gleich schon geschafft, den ganzen Baum hier zu fällen. So, jetzt ist er gefällt. Und jetzt können wir hier natürlich auch noch wieder... ...erst mal eine Crafting-Wrench draus machen, weil ich davon hier schon ungefähr zwei Stücke gecraftet habe. Das wird aber noch öfter passieren. Also, ich glaube, davon kann da einzufügen, wäre irgendwie lustiger. Jetzt ein Bett bauen. Und da fädet auch schon wieder langsam die Minecraft-Mücke ein. Bam. So, ich kann auch nur in der Nacht schlafen, das ist mir schon bewusst. Ähm, zack. Dann gehen wir jetzt hier mal wieder so ein bisschen durch. Wir machen hier erstmal alles an Gras gepackt, was wir hier finden können. Und das ist laut. Das ist sehr laut. Zack, 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 zack. Alle Tüte kaputt machen hier. Hier kommt später Industrie hin. So. Erstmal würde ich hier auch gerne ein bisschen mit Minecraft so starten. Bevor ich wirklich in meine ganzen Nuts reinlaufe und dann halt alle mache. So. Zack, 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 zack. Alles Gras hier weg machen. So. Ich brauche es, um werbliche Zwecke zu erfüllen. Tada. So. Jetzt haben wir hier eine fast komplett freie Fläche und es ist auch schon wieder fast komplett Nacht. Jetzt werde ich hier noch einmal ganz kurz mit den mir verbleibenden Ressourcen, die ich habe und der mir verbleibenden Zeit, die ich besitze. Am Tag, versteht sich? Einmal eine Hoe craften und nach hier unten gehen. Wo ich dann auch gleich schon meine Seeds, meine gerade neu gewonnenen Seeds, alle einpflanzen werde. Huch. Eins, zwei, drei, vier, ja passt. So. Zack. Einmal bitte alle einpflanzen hier. So. Zack, zack, zack. Äh, schade. Zwei Seeds kriege ich nicht rein, aber doch, die kriege ich auch noch rein. Klar. Ne, ein Seed habe ich nicht reingekommen. Egal. Boah, habe ich mich gerade für den Schafen erschrocken. Keine Ahnung warum, aber ich habe mich gerade übel für den Schafen erschrocken. Und ab ins Bett. Woo. Das hat natürlich sehr gute Vorteile dadurch. Huch, so ein Bett erspart mir jetzt einiges an Nächten, weil jetzt kann ich nämlich wieder am Tag einfach ganz normal weiterarbeiten. Und, ähm, naja, das mache ich jetzt nicht. Ich baue das jetzt nicht so. Hü. So. Hm. Ich sollte lernen, mich zu beruhigen. Manche Dinge sind natürlich. So. Jetzt crafte ich erstmal hier so eine Stone-Ex. Zack. Okay. So. Ach ja. Werden wir hier noch ein bisschen weiter bauen. Wir sind weiterhin die Bäume abfällen und hoffen, dass wir Saplings bekommen, weil die brauche ich noch nicht. Und danach werde ich nochmal da rüber gehen. Also ich werde hier gleich nochmal eine Kiste craften. Aus den bis jetzt bekommenen, äh, Materialien werde ich gleich eine Kiste craften halt und werde einmal da rüber gehen und werde mal gucken, ob ich da an irgendwelche normalen Oakwood-Bäume rankomme, die ich fällen kann. Weil wir haben ja auch schon gelernt, wir sind auch relativ viele Monster und jetzt zu sterben wäre vielleicht nicht ganz so cool, weil jetzt würde ich da auch einen richtigen Verlust beitragen. Das ist halt so das kleine Problem an der Geschichte, aber ein bisschen auf Risk muss man ja auch gehen. No Risk, No Fun. Äh, bewährtes Sprichwort. Ähm, Bones. Die Knochenjäger. Okay. Okay. Kriege ich jetzt noch? Äh, schade. Aber wenigstens ein bisschen was habe ich bekommen. Drei Stück für ein klitzekleises Brot habe ich bekommen. Und du geh bitte hier runter. Okay. Äh, so heilen würde mich das nicht. Das heißt, ich werde das einfach jetzt auch erstmal nur aufbewahren. Und warum kommt hier ein Oakwood-Zapling raus? Ach so, weil es bestimmt Oakleafs sind, ne? Ja, 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 ja. Und das sind die Birchleafs. Ähm, ich werde mir das jetzt erstmal alles aussparen, weil es lohnt eh noch nicht, dass ich jetzt mir was zu essen reinpfeife. Da ich daraus ja keinen effektiven Nutzen ziehen kann. Ich könnte damit hier halt nicht mal mehr sprinten. Und selbst das wäre in dieser Situation fatal. Also, zu sprinten. Ich nehme jetzt erstmal die ganzen Saps rein. Ein bisschen Holz. Zack, 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 zack. Die ganzen Spitzhacken. Warte, die Spitzhacke kommt da rein. Die, das kommt hier alles rein. Zack, 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 zack. Bäm, die Kiste ist voll doof. Äh, nehme ich das Holz nochmal mit. Und dann nehme ich nochmal das Birkenholz mit. Das ist mir nicht zu schade. Dafür gehen die Pfeile rein. Zack. Und jetzt gehen wir hier so equipped, wie wir sind. Und darüber in diesen Wald und fällen ein paar Bäumchen. Also ein paar schöne Bäumchen, versteht sich. Natürlich. Und da sehe ich doch schon mit meinen leicht entzündeten Augen auf der Karte den Creeper. Aber der ist nicht in unsere Richtung. Wir schwimmen gerade von diesem Objekt weg. Und ich würde natürlich auch gerne diese zwei Spawner, die wir da vorne gefunden hatten, die würde ich gerne zu einer vernünftigen Monsterfalle ausbauen. Das lohnt sich auch, gerade bei Zombie-Spawnern. Da diese ja oft dann auch mal sehr gut, sag ich mal, Loot abgeben. Und daraus würde ich halt eine richtig schöne Falle bauen, wo man dann halt auch so ein bisschen farmen kann. Wird eben wieder ein einigermaßen langweiliges Unterfangen. Aber was getan werden muss, muss getan werden. Und da wird leider auch kein Weg dran vorbeiführen. Hätte ich schon Bock drauf. Werde ich nochmal ausprobieren. Werde ich nochmal machen, bei Gelegenheit. Hier ist ja eigentlich relativ viel, wenn man sich das mal so anguckt. So. Zack. Was ist das hier eigentlich? Das interessiert mich jetzt auch mal. Okay, da kann ich rangehen, ohne dass es mich kaputt macht. Wäre jetzt auch ein bisschen doof gewesen, wenn es mich kaputt macht, weil dann hätte ich... Alter, Falter. Geht ja echt gut ab in diesem Biom hier. Scrubland. So heißt das hier. Eigentlich wäre es ja auch schon geil, in so einem dieser Bäume hier ein Haus zu haben, aber... Wäre auch wieder sehr viel Arbeit, weil muss man die komplette Krone innen drin aushöhlen und das wäre dann auch schon wieder ein bisschen sehr scheiße. Deswegen muss man noch darauf achten, dass man... Ähm... auch noch genug Blätter parat hat, dass man auch im Notfall wieder ein bisschen ausbessern kann. Das heißt, man müsste auch mit einer Schere da lang gehen, aber... Okay, ich bin weg. Aber es wäre ja alles theoretisch möglich. Naja, vielleicht machen wir das auch nochmal. Da muss ich nochmal überlegen. Also, so, ich habe mir hier für nichts vorgenommen. Ich zocke einfach so viel und so lange, wie ich will. Und ich werde mich nochmal darum kümmern, dass ich eventuell diese latest Death Points da weg bekomme, weil das regt mich gerade selbst ein bisschen auf. Dann werde ich hier auch gleich schon mal die ganzen Oak Saplings pflanzen, weil Oakwood würde ich gerne eine ganze Menge brauchen oder benutzen wollen. Und da ist neben dem Dark Oakwood, welches aber, glaube ich, in dieser Version nicht vorhanden ist. Nee, das kommt erst mit der 1.8. Ich gebe mir das dann. Würde ich halt... Oder finde ich das mit am schönsten, was das angeht, also was die Holzsorten angeht. Aber da schreiten sich natürlich auch die Geister. So, zack. Hier haben wir das ganze Zuckerrohr abernten. Ja. Das habe ich erstmal mit dem nichts zu tun. So, in dem Baum wäre es natürlich schon geil, sich da einzusetzen. Dann hätte man da nochmal so richtig schicken Baum und dann würde ich das Ganze auch bitte unterirdisch, also halt hier mit so Unterwassertracks auch, gerne mit Rail-Systemen verbinden. Um da natürlich auch schnell hinzukommen. Aber das ist halt so eine ganze Sache. Da muss man mal gucken. Muss man mal gucken, was die Zeit einem bringt, was einem die Wunder alles bringen. Und jetzt werde ich natürlich nochmal versuchen, da vorne rüber zu kommen, weil jetzt ist es noch relativ früh am Tag. Und da wollte ich ja schon vorhin noch, äh, vorhin schon hin. Weil das interessiert mich halt schon, was das da vorne ist. Ich meine, ich werde wahrscheinlich gleich wieder schon Rückzieher machen, weil da bestimmt irgendwas sein wird, was mich attackiert, was mich angreift, was mich kaputt macht. Aber gucken kostet nichts, außer im schlimmsten Falle das Leben. Und das wäre jetzt extrem ungünstig, mit dem ganzen Eisen drumherum. Okay. Okay. Schaut friedlich aus. Hallo? Okay. Oh, das Schiff ist komplett frei. Oh. Fettigen-Boots. Obsidian. Okay, cool. Rubber-Tree-Sappling. Das ist schön. Das ist sehr schön. Iridium-Iron-Boots. Damit brauche ich jetzt hier erstmal diesen Enchanting-Table ab. Zack. Mein Name. Oh. Oh. Alter. Die Iridium-Scharts sind aber nicht mehr ganz so selten, habe ich das Gefühl. Okay. Okay. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Also das ist, das ist schön. Da habe ich mir gerade mal so ein bisschen Gratis-Loot geholt. Hier sind die Lampen an. Ja, die sind an. Ich habe aber irgendwie das dumpfe Gefühl, dass das Ding hier irgendwem gehören muss. Deswegen werde ich jetzt auch hier wieder verschwinden. Zumal da vorne auch ein Piratenschiff ist. Und da weiß ich definitiv, dass da ein paar Spawner drinnen sind. Und die mich einfach mal so ganz nebenbei umhauen könnten. So, aber das hat sich gelohnt. Da haben wir gut was rausgezogen bekommen. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Essen gewünscht, aber... Frons. Iridium-Scharts. Tin-Inget. Rubber-Tree-Sappling. Damit können wir dann halt auch vernünftig anfangen, irgendwas zu bauen, weil Rubber-Trees habe ich bis jetzt, um ehrlich zu sein, noch gar keinen gesehen. Heh, heh, heh. Und ja, das heißt, ich werde... Oh, es wird jetzt schon wieder Nacht. Das heißt, wir sind auch perfekt losgegangen. Das heißt, wenn wir wieder zurück sind, könnte es Nacht sein. Und... Dann kann ich auch direkt wieder schlafen. Aber Iridium-Scharts, Iridium braucht man ja eigentlich... Wofür braucht man denn alles Iridium? Iridium braucht man ja später um... Iridium. Iridium braucht man ja eigentlich später um... Ähm... Ja. Um noch hier mit Jujo-Meta und so einem Kram anzufangen. Also Industrial Craft 2 ist das, ja? Deswegen wundert mich das gerade, warum ich das so nahezu hinterhergeschmissen bekomme. Das ist irgendwie ein bisschen sehr komisch. Also, er schließt sich mir nicht so ganz, woher das kommt. Aber okay. Ich werde es nehmen. I'll take it. I'll take it. Boah. Er schreckt mich doch nicht so ein doofe Schaf. So. Jetzt kann ich nochmal gucken, ob ich schlafen kann. Ne, you can only sleep at night. Okay. Hier geht jetzt definitiv das Iridium rein. Das nehme ich jetzt nochmal. You can only sleep at night. Ey, ich hätte mir vielleicht eine Kiste von da mitnehmen sollen. Wäre vielleicht eine relativ intelligente Idee gewesen. Ähm, okay. Da ist schon ein Oakwood-Bomb geplantet. Ähm, Rubber-Tree-Sappling. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht so ein riesen Baum wird. Da hin. Aber es ist ja kein Sacrifice-Rubber-Tree. Also, den gibt es ja theoretisch auch noch. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt überhaupt drauf habe. Wo dann halt solche riesen Bäume entstehen, die wirklich übertrieben sind. Die bis jetzt auch jeden Rechner in die Knie gezwungen haben bei uns. Aber später haben wir da halt auch komplett drin unsere ganzen Farmen und sowas gebaut. Also, es ist dann schon auch extrem nach oben gegangen, was das angeht. Äh, Brustplatte und Leggings verzauber ich auf Level 1. Protection. Schön. Level 1. Unbreaking. Okay. Hm, schade. Nicht so toll. Ähm, kann ich nur. Okay. Schauten ist eins. Ah, das ist schön. Das sieht man schön. Äh, das sieht man gerne. So. Wenn ich das jetzt hier wieder reinpacken. Oh, ich habe vier Apples. Oh, nice. So, das tut jetzt noch nicht ganz reichen, um zu reggen. Aber jetzt kann ich halt auch das Wut nehmen. Und dann kann ich das zu Brot machen. Zack. Jetzt kann ich das Brot hier essen. Und jetzt kann ich reggen. Oh, ist das schön. Das tut gut. Erstmal wieder ein bisschen reggen. Läuft doch wunderbar jetzt, bis jetzt so. Und werde ich jetzt einmal nach unten gehen. Und diese Musik ist, glaube ich, ein bisschen sehr laut. Ja, ich sehe, dass da was fertig ist. Werde ich mich auch noch drum kümmern. Ähm, abbauen. Jetzt erstmal hier die Bronze. Ich weiß nicht, auf welchen Level die hier abmeint, aber die... Verdammt. Hier hat er halt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Schlagkraft. Also eine Steinspitzhackung. Verdammt. Oh, hier ist Kohle. Interessant. So. So. Ach egal, ich baue jetzt hier jetzt einfach so lange. Stoße ich mir zwar jedes Mal den Kopf bei, aber ist hier irrelevant. So, das nehme ich jetzt nochmal alles mit hier. Zack. Das ist alles meins, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Glättor, Aluminium. Zack. Und die ganze Kohle. Ich meine, ich bin jetzt auch schon wieder fast voll gereckt. Das ist natürlich auch wieder so richtig schön. Heißt, ich kann gleich wieder wahrscheinlich da unten reingehen, wenn ich denn das dann wollte. Aber ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen um das da oben kümmern, dass ich halt da mal so ein paar Felder anlege. So ein bisschen... Huch. So ein paar Felder anlege. So ein bisschen... Einfach dafür sorge, dass es da oben ein bisschen bodenlicher aussieht. Und vielleicht auch schon mit dem Haus anfange. Ich meine, ich weiß ja jetzt, dass ich hier relativ gut ausgerüstet bin. Was mir natürlich auch zugutekommen wird. Da habe ich da schon wieder irgendwelche komischen Viecher gehört, aber die kommen nicht von hier. Schreibt mich doch nicht so. So. Diese Orberry-Bushers, die will ich nochmal aufstellen. Und wenn ich mich nicht irre, kann man die auch mit Autonomous Activation dann vernünftig betreiben. Das heißt, ich kann mir dann das eine oder andere bauen. Vielleicht gucke ich nochmal, dass ich Open Blocks drauf bekomme. Dann würde ich nochmal eine vernünftige Farm aufbauen können von diesen ganzen Sachen. Also diesen Orberry-Bushers. Also kann ich die nicht platzieren? Die muss ich nicht platzieren? Scheiße. Muss ich die auf Stern platzieren? Äh. Okay. Also irgendeinem unerfülllichen Grund kann ich die nicht platzieren. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dazu. Mag nicht selten vorkommen. So. Hier das kleine Feld wird wachsen. Es wird wachsen. Äh. So. Zack, Iridium-Schatz. Alter, Iridium habe ich jetzt aber schon 31. Also ich meine, okay, die Schatz. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht viel Iridium ist. Aber es ist immerhin schon mal eigentlich... Dafür, dass Iridium ja so extrem selten eigentlich ist, ist es ja... Hm. Schon finde ich eine ganze Menge. Aber ich mag mich auch täuschen. Und hier haben wir hier noch das, ähm... Mit den alten Fensters gemacht, ne? Ja, genau. Das ist schön. Zack, zack, zack. Ah, okay. Jetzt habe ich doch alle verwendet. Jetzt bauen wir hier erstmal so ein kitzekleines, nettes Häuschen. Können wir hier auch schon, äh... Einmal einen auf den hier machen. Ja. Schön. So, das heißt, ich werde jetzt hier auch ein kleines Häuschen bauen. Ähm, das Häuschen... Das Häuschen... Das Häuschen wird jetzt wahrscheinlich mehr Provisorium als alles andere werden. Also es wird auch nicht besonderlich hübsch sein. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Aber ich werde mich natürlich so gut drum bemühen, wie es mir geht. Aber vielleicht... Vielleicht... Habe ich dann doch mal eine andere Idee, wie man das vernünftig machen kann. Da werde ich mich dann dran probieren. Einfach mal. Hier so mitten... Mittendrinne. Mit dem Game Let's Play werde ich was ausprobieren. Mal probieren. Mal probieren. Mal probieren. Vielen Dank.